Und in der Projektwoche in Schulen Projekte haben wir in der Schule K-Pop-Plätze gelernt haben. Und wenn wir ein Musical für zwei Monate aufführen, dann eine Vokation machen. Und ja, danke. So, dann möchten wir weitermachen mit unserem Flash-Bob. Wie die Lili schon gesagt hat, am 5.10. haben wir Taste of Korea. Und wir möchten euch einfach einen Faden lang Korea zeigen. Wir haben dafür viele Programme vorbereitet. Aber wir haben auch durch die Anwendung die Chance, ein Blut in der Korea zu sein. Für nächstes Jahr kommen wir vorbei. Wir wollen uns fragen, denn wir wollen uns anmelden. Wir wollen uns natürlich alle auf den Fragen beantworten. Und wir wollen uns auch ein bisschen sehen. Und wir wollen uns hier sehen. Wie denn das heißt, die wir in Flakuum machen. Ja, mal kurz ... Wir wollen uns hier. Oder wir wollen uns hier sehen? Wir wollen uns hier sehen. Wir wollen den Flakuum nutzen. Und wir wollen den Flakuum nutzen. Die Stadt ist in der Stadt, die sich in der Stadt befindet. Das ist eine große Herausforderung, die wir hier sehen können. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Kirche ist in der Nähe der Kirche. Die Kirche ist in der Nähe der Kirche, die in der Nähe der Kirche ist. Die Kirche ist in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche. Die Kirchen ist ganz gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020